Willkommen zurück. Hier ist Major Skippy mit Emergency 5 oder auch 2016. Das sind ja quasi die Missionen von Emergency 5. Das ist so gesehen hier ein DLC oder eine Erweiterung für diejenigen, die es nicht wussten. Ja, das havarierte Schiff haben wir versorgt und das hier ist die nächste Mission. Hier haben wir eine Schlägerei oder was ist das? Hier ist irgendwie ein Volksfest. Mia san Mia. Was sind das für blaue Bögen? Die sehen spacig aus. So, brauche ich hier das SEK, das wichtigste, Speichern. So, ich nehme auch mal Speicherstand Nummer 2. Hm, Polizei? Ne, ich glaube die Polizei schafft das nicht. Hier muss der SEK Mannschaftstransportwagen, den setze ich mal hier drüben hin. Ich gehe mal auf Play. Ich weiß nicht, den Hubschrauber oder so. Den muss ich jetzt nicht holen, ne? Ich nehme mal den Mannschaftstransportwagen, schwu mal vor. Die kloppen sich da schön. Tsch, tsch, tsch. Erinnert so ein bisschen an Mortal Kombat. Nicht ganz so blutig. So. Oh, was ist denn hier los? Da kommt noch so einer angelaufen mit der Absicht oder? Ah, das sind nur Polizisten da drin. Ah, da den gleich. Mist. Das SEK kommt nur mit dem Heli oder was? Erstmal schnappe ich mir den. Dann wird jeder ausgerüstet. Mit dem Gas. Was geht's? So, du kannst den mal da reinsetzen. So, jetzt werde ich hier mal ein, zwei, ach und wer nimmt fest? Wenn alle... Hm. Ich probiere es nochmal mit dem Polizisten jetzt einfach. Verstanden. Sonst muss ich gleich das SEK rufen. So, der Kollege, der kann festlegen. Ist in Arbeit. Zu Befehl. Erwarte Befehle. Okay. Wird erledigt. Was geht's? Bin dabei. Ist in Arbeit. Bin bereit. Achtung. Eine Einsatzkraft wird angegriffen. Ja. Kein Problem. Kein Problem. Was geht's? Was geht's? Was geht's? Was geht's? Was geht's? Was geht's? Ah. Jetzt nehmen sie alle fest. Ah, da oben. Habe ich da nur einen? Der läuft nach... da oben, also. So. Polizei. Wir rennen mal hinterher. Bin bereit. Sofort. Kriege ich die alle unter? Ja. Da läuft der Polizist. Ja. Zu Befehl. Okay. Okay. Jawohl. So, den sollst du da vergasen. Da läuft noch einer. Ach, der ist abgehauen. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Was geht's? In Ordnung. Jawohl. Die rennen hier. Ich brauch... den Heli. Wird erledigt. Was geht's? Okay. So. Da war noch einer zum... Abführen. Was geht's? Was geht's? Was geht's? Jawohl. Alles klar. Der andere ist über alle Berge. Erwarte Befehle. Da unten rennt er. So, lass ich die Polizei mal da ab. Achtung. Eine Einsatzkraft wird angegriffen. Wird erledigt. Kein Problem. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Raus. 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 Ja? Sofort. Wird erledigt. Höre. Bin bereit. Alles klar. Kein Problem. So, den sollte ich haben. Wie war das hier? Bin bereit. Wird gemacht. Ihr habt doch alles im Griff oder läuft dann noch einer? Bin bereit. Bin dabei. Höre. Verstanden. Hier hast du einen Handschellen da. Ja, führ den ab. Ja? Wo war der? Oh, der war fast sogar aus dem Map raus. Oh! Hatte ich gar nicht gesehen. Hier ist ja schon die Grenze. So, der haut automatisch ab. Super. Oh, das war knapp. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn der weg aus der Karte abgehauen wäre. So, dann schmeiß den mal ins Auto und den könnte ich auch noch ins Auto schmeißen, aber... ... Er möchte irgendwie nicht. Sofort. Alle Täter festnehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Der hier und der im... ... Fuchschrauber. Ja. Wird erledigt. Ja. Bin bereit. Bin dabei. Ja? Nimm den doch mal mit hier. Höre. Ja? Fahr mal da rüber, geht das? Erwarte Befehle. Das geht. Sofort. Bin bereit. So, du führst den mal ab hier. Ins Auto. Ich kann den nicht anklicken. Kelle schießen. Wird gemacht. Okay. Jawohl. Mal sehen. Find ich hier irgendwo einen Tipp. Pfefferspray, ja. Können sie ihn mit Rechtsklick in ein Auto abführen. Ja. Polizist auswählen. Rechtsklick auf Auto. Ah, hier kann ich so eine... ... so ein Absperrseil. Oder mit einer Winkelkelle. Das habe ich noch nie gemacht. Alles klar. Ähm, ja. Was geht's? Also, ich kann den nicht... Ich kann jetzt nur den Polizisten einsteigen lassen. Ist in Arbeit. Jawohl. Handschellen brauche ich nicht. Kann ich das bitte abwählen? U. Passiert nix. Okay. I. Oder ich erschieße den. Hm. Ja, äh... Wie mache ich das jetzt? Ich klicke hier rechts drauf. Auf den Typen. Wird gemacht. Befeffern kann ich den auch nicht mehr. Ich möchte den doch nur ins Auto einladen. Jawohl. Ah, so lasse ich den das aufbauen. Alles klar. Ging nicht. Egal, führ ihn ab. Für ihn ab. Jawohl. Wieso steigt der nur ein? Bin bereit. Hm. Ein Platz habe ich noch frei. Alles klar. So, mal sehen. Vielleicht macht es irgendwie einer von alleine. So, sie stehen direkt daneben. Jungs. Ey, jetzt lass mich doch nicht daran scheitern. Ja. Da passiert nichts. Ah, das sah gerade so aus, als wenn er den jetzt da... Ja. Aber macht er nicht. Wie kann ich den denn... Das geht nicht. Hat man die einmal nur verhaftet und dann irgendwie weg... Ach, vielleicht war das auch... Weil wenn er ihn verhaftet, hält er ihn hinten auch fest. Aber weil ich ja nur mit drei Polizisten war... Und da waren vier oder fünf, äh... Schläger. Vielleicht hat er den losgelassen. Und den nächsten verhaftet. Und dadurch kann ich den jetzt nicht mehr... Erwarte Befehle. Alles klar. Ich mach jetzt einfach mal so hier. Rein mit euch. Ich spule vor. In Ordnung. In Ordnung. Ich mach einfach mal so jetzt. Was soll ich sonst machen? Ich kann nur noch... Den Spielstand laden. S.E.K. Helikopter hol ich auch nochmal her jetzt. Sofort. Irgendwie muss es ja hier weiter gehen. Zu Befehl. Oben rechts seht ihr. Zu Befehl. Sechs von sieben. Ich benötige den... Manneken hier noch. Da hole ich... Für einen hole ich das S.E.K. Ja. Bin bereit. Für einen der... schon Handschellen... hat. Ja. Bin bereit. Aber die machen es auch nicht. Alles klar. Ne. Das ist irgendwie... Verhaftet muss er auch... Ähm. Ja. Gleich in... In das Auto. Alles klar. Ich lade... Erneut. Ich lade neu. Mal sehen, ob ich das noch schnell leben schaff. Und dann bin ich hoffentlich fertig in Hamburg. Heute beginnt ein neues Volksfest in der Stadt. Komm, gib mir die Mission. Hier war es doch irgendwo, ne? So. Auf dem Gelände des Volksfests randalieren einige offenbar betrunkener Personen. Da. Da hole ich jetzt sofort das S.E.K. Umgehend fest. Egal. Und versorgen sie alle Opfer der Auseinandersetzungen. Äh. Heli. Haben die eine Knarre? Ne, die kloppen sich nur, ne? Dann lasse ich die gleich da ab. Und ähm. Mannschaftstransportwagen. Gehen sich da hin. So. Und go. Ah. Da kommt nur mehr. Ach hier. Äh. Polizei Heli. Zu Befehl. Ja. Okay. Verstanden. Ja. Da kommt das S.E.K. Der eine haut wahrscheinlich wieder ab da unten. Kann ich einen auswählen mit Blendgranate. So. Alle blenden. Alles klar. Bin bereit. Wird erledigt. Alles klar. Erwarte Befehle. Jawohl. Okay. Erwarte Befehle. Du. Werf nochmal deine Granate da rein. Jawohl. Höre. In Ordnung. Kein Problem. Höre. Sofort. Verstanden. Bin bereit. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. In Ordnung. Was geht's? In Ordnung. Kurz Päuschen. Erstmal checken. Da ist der Heli. Da kommt einer. Ah, der Transportwagen ist da. Da lade ich die jetzt ein. Höre. Was geht's? Bin dabei. Sofort. Erwarte Befehle. Verstanden. Rein da. Erwarte Befehle. Verstanden. Rein da. Bin bereit. Bin dabei. Bin dabei. Ah, die kloppen sich jetzt. Alles klar. Achtung. Eine Einsatzkraft wird angegriffen. Okay. Alles klar. Gar nicht so einfach hier alles zu klicken. Bin dabei. Erwarte Befehle. In Ordnung. Höre. Bin dabei. Jawohl. Erwarte Befehle. Alles klar. Höre. Bin bereit. So Jungs. Hallo. Sofort. Halt den nochmal auf da. Alles klar. Die letzten Randalierer vom Volksfest versuchen zu entkommen. Haltet sie auf, bevor sie unser Einsatzgebiet verlassen können. Was geht's? Wird erledigt. Landen. Perfekt. Aussteigen. Zu Befehl. Kein Problem. Wird erledigt. Kein Problem. Bin dabei. Zu Befehl. In Ordnung. Sofort. Höre. So, verfolgen hier mit dem Heli. Dann kann ich schon mal hier gucken. Alle drin. Nein. Bin bereit. Für ihn ab. Ist in Arbeit. Höre. Ah, da steht wieder einer. Ohne. Da kann er jetzt gar nicht angehen. Bin bereit. Zu Befehl. So, die Hundin ist hoffentlich ein. Der Mannschafts-Transportwagen bringt alle gehörten zu den Arrestenzellen in der Basis. Komm, Handschellen. Festnehmen. Bin dabei. Erwarte Befehle. Bin bereit. Bin bereit. Bin bereit. Ach, lande doch einfach. Komm. So, einsteigen bitte. Nein. Der ist wieder ohne. Das kann jetzt aber nicht. Ne. Warte bitte. Der Polizeihelikopter bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen in der Basis. Leute. Bin bereit. Wo es mein Mannschafts-Transportwagen. Hut dir jetzt ab. Ne, das ist der Heli. Alles klar. Warum habe ich da jetzt eine Person? Bin bereit. Ach, er hat da einen. Ohne. 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 Ha. Wo ist der denn ganz hingelaufen? Hallo. So, und der Mannschafts-Transportwagen ist abgehoben. Alles klar. Wird gemacht. Das EK-Heli lande da. Da kann ich einen mit abtransportieren. Ohne. 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 Vielen Dank.